Ihr wollt Informatiker werden oder seid es vielleicht schon? Ja, heute geht es um den wichtigsten Skill, um nicht nur Informatiker sein zu können, sondern auch erfolgreich sein zu können und zu bleiben. Und das will ich ganz kurz erläutern. Informatiker oder Infos, wie man diese Spezies auch nennt, haben extrem unterschiedliche Aufgaben. Ihr könnt Pentester sein, ihr könnt aber genauso gut auch Data Scientists werden, als Entwickler arbeiten oder mobile Apps möglichst effizient entwerfen. Und das alles gibt es übrigens als dualen Studiengang, also mit Bezahlung eines Unternehmens bei unserem heutigen Partner, der Fachhochschule der Wirtschaft. Das heißt, ihr studiert bei der FHDW in der normalen Vorlesungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit bekommt ihr die Praxis, in der ihr beim Unternehmen arbeitet. Die bezahlen euer Studium und euch sogar noch was obendrauf. Und ja, das geht sogar noch dieses Jahr bei einem der knapp 250 Partnerunternehmen. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch den Link in der Beschreibung an. Dort gibt es mehr Infos und alles, was ihr braucht. Und um euch ein bisschen sanfter in das Thema einzuführen, veranstaltet die FHDW mit mir gemeinsam ein Online-Event, das ihr am 12. September ab 17 Uhr besuchen könnt. Natürlich komplett kostenlos. Ich freue mich schon drauf, denn wir werden dort die aktuellen Hacker-Angriffe aller Welt ein bisschen mit Data Science analysieren. Ich hoffe, ihr kommt. Alle Infos gibt es mit dem Link unten in der Beschreibung. Wie ihr also seht, ihr könnt nicht nur Informatik studieren, sondern mittlerweile wahnsinnig viele Geschmacksrichtungen. Und natürlich allgemeine Informatik gibt es ja auch noch. Aber nehmen wir mal an, ihr studiert IT-Sicherheit bei der FHDW. Okay, was dann? Dann seid ihr am Ende entweder selbstständig, consultant oder bei einer Firma angestellt, für welche ihr die IT-Sicherheit dann machen müsst oder überwachen müsst. Was dann? Nun, dann erstellt ihr ein Monitoring, ihr regelt Zugänge, ihr prüft nach ISO 27000 die Systeme, ihr auditiert Code oder arbeitet sogar selbst dran mit. Ihr setzt Firewalls auf und noch so vieles mehr. Und jetzt kommt der große Punkt. Ihr könnt mit dem Studium zur IT-Sicherheit sogar danach in die Softwareentwicklung gehen. In Data Science könnt ihr auch gehen. Oder auch in die Entwicklung mobiler Apps. Warum? Weil Sicherheit da auch gebraucht wird. Und weil ihr im Studium die Grundlagen der Informatik lernt. Und nicht alles, was ein Informatiker in seinem ganzen Leben braucht. Das ist nämlich viel mehr. Ich selbst habe im Studium sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe auch sehr viel nicht gelernt. Und das ist klar. Ein Studium dauert im Bachelor nur drei Jahre in Regelstudienzeit. Ihr lernt dort erstmal Grundlagen. Sind ja nicht vorausgesetzt. Programmieren zum Beispiel ist keine Voraussetzung, um studieren zu können. Und davon gibt es nicht nur eine Sprache, sondern gleich zig unterschiedliche Arten von Sprachen. Ihr lernt aber auch die Hintergründe über Automaten, ein bisschen zu komplexer Mathematik. All das hilft euch aber eins zu schaffen. Ihr könnt nach eurem Studium viel besser neue Technologien verstehen und erlernen. Ihr könnt sehr viel leichter neue Frameworks verstehen und sie anwenden. Und damit sind wir eigentlich beim wichtigsten Skill für Informatiker. Neue Dinge lernen. Wenn ihr aus dem Studium rauskommt, hört es sowas von überhaupt nicht auf. Eigentlich kann man fast schon sagen, nach dem Studium weiß man, dass man gar nichts weiß. Im besten Fall. Denn Informatik ist so riesig. Und das macht ja auch ein bisschen die Faszination aus. Ich meine, ich habe hier auf dem Kanal wirklich zu enorm vielen Themen eine Tutorial-Reihe. Aber tatsächlich ist das wenigste davon für jeden von euch relevant. Viel eher läuft es darauf hinaus, dass ihr euer Studium schafft und dann nach Bedarf euch umseht. Welche Frameworks sollte ich zum Beispiel für meine Website benutzen? Welche Engine für mein Spiel? Womit programmiert man heute eigentlich seine Apps? Denn ein Studium oder eine Ausbildung hat gar nicht den Anspruch, euch alles beizubringen. Das ändert sich ja auch alle paar Jahre wieder. Vor drei Jahren war das noch völlig anders. Und das wäre die Zeit von eurem Studium. Und deswegen müsst ihr das selbst machen. Es gibt ein schönes Meme. Jede Sekunde entsteht ein neues JavaScript-Framework. Es ist zwar nicht ganz so extrem, aber eine Sache stimmt. In den letzten Jahren hat sich wahnsinnig viel auf dem Markt getan. Ständig neue Frameworks, ständig neue Bibliotheken und mehr. Und hier gibt es eine lustige Tatsache, die mir im Gespräch mit einigen älteren Entwicklern aufgefallen ist. Sie werden irgendwann einfach müde. Wieso noch ein neues Framework lernen? Wieso noch eine neue Bibliothek lernen? Ich kann doch auch alles mit meiner alten machen. Ich kann doch auch alles selber entwickeln. Und ja, das ist gewissermaßen auch richtig. Ich kann auch alles mit Assembler schreiben. Aber die Menge an Bugs, die ich da einbaue, ist so exorbitant hoch. Und die Zeit, die ich benötige, um sie zu fixen, die passt nicht mal mehr in ein Leben rein. Stattdessen lieber eine moderne Sprache zu lernen und die richtigen Frameworks und Bibliotheken zu nutzen, ist da deutlich schneller und auch effektiver. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass Informatik vermutlich der Beruf ist, wo es am schwersten ist, sich einen Expertenstatus für eine Technologie zu ergattern. Ist man Experte mit Angular geworden, wird es vielerorts schon wieder ersetzt, weil Wii U schneller geht oder React einfacher mobil genutzt werden kann. Oder man verpasst einfach ein großes Update von seinem Framework und plötzlich funktionieren die Dinge gar nicht mehr so, wie das mal war. Und das ist hart. Und ich weiß, dass viele meiner Reihen auch immer mal wieder Update-Probleme haben. Aber ich habe was geplant, was das angeht. Keine Sorge. Nun stellt sich hier also die Frage, Senior Entwickler, Gibt es sowas überhaupt? Und ja, selbstverständlich. Es gibt Technologien, wo man dann ein Senior ist und sich richtig gut auskennt. Die Sprache Python zum Beispiel. Die Sprache an sich hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht geändert. Nur ein paar mehr Features bekommen, sodass das Leben einfach einfacher wird. Aber auch die Seniors unter euch müssen sich regelmäßig weiterentwickeln. Die Mentalität, das haben wir schon immer so gemacht, ist nirgends so problematisch wie in der Informatik. Denn, wie gesagt, neue Frameworks machen es immer leichter. Häufiger zumindest. Aber es liegt zum Glück auch in der Natur der Informatik, ständig alles optimieren zu wollen und da gehört eben auch ein neues Framework dazu. Doch das ist anstrengend und auch das verstehe ich. Kaum ist man mit etwas warm geworden, muss man wieder was Neues lernen. Nirgends ist das so krass wie beim Consulting übrigens. Beim Consulting geht ihr im Endeffekt zu einer Firma, helft dort aus und dann geht ihr zur nächsten. Und dazu müsst ihr natürlich quasi erstmal eingearbeitet werden. Aber hier vielleicht kurz für die Firmen. Einarbeitungszeit muss eingeplant werden. Aber gerade für Informatiker habe ich bei einer hier nicht namentlich genannten, weil sonst Werbung Firma etwas Spannendes gesehen. Jede Woche ein voller Tag zum Einlernen in neue Tätigkeiten, Bibliotheken, Frameworks, um eben am Zahn der Zeit zu bleiben. Und das finde ich einen richtig krassen Bonus. Also ihr arbeitet 100% und 20% davon ist einfach als Zeit für neues Lernen drin. Das ist krass und bringt euch aber sowohl als Angestellter als auch der Firma wahnsinnig viel, denn die wollen ja, dass man das dann auch anwendet. Und diese Optionen sind gar nicht mehr so selten mittlerweile. Doch wie nutzt man so eine Zeit? Wie lernt man wirklich was Sinnvolles? Ich habe hier schon einige Videos zum Thema Lernen gemacht und ich baue ja auch gerade eine Academy, die euch am Ende genau das bieten soll. Und doch hier vielleicht ein paar spezielle Tipps für Informatiker, weil, naja, ich bin eben auch einer. In der Schule und im Studium kriegt man gesagt, was genau man lernen soll. Später nicht mehr. Und auch für die Freizeit kommt da niemand und sagt, du musst jetzt Bash lernen. Spaß. Das ist natürlich völlig euch überlassen, was ihr machen wollt. Nachdem sich das dann nach dem Schlaraffenland angefühlt hat, weil man ja so viel zur Auswahl hat, fühlt es sich dann doch irgendwann an wie die Qual der Wahl, weil man so viel zur Auswahl hat. Verschwende ich jetzt meine Zeit damit, wenn ich Docker lerne, sollte ich lieber doch die neue Open Sense Reihe von Morpheus gucken. Ich sage ja immer, schaut euch das an, was ihr braucht. Lustigerweise weiß man das aber oft auch einfach nicht. Und genau deshalb habe ich mit diesen Talks hier angefangen und mache das ja immer noch. Ich will euch Dinge vorstellen, die ich gerade feiere, aber so, dass ihr sie nicht direkt lernen müsst, sondern euch überlegen könnt, ob sie sinnvoll für euch sind. Was heißt das jetzt also? Was sind jetzt daran Tipps zum Lernen? Naja, als allererstes müsst ihr euch erstmal im Klaren sein, warum ihr etwas lernen wollt. Okay, im Studium ist eine Prüfung ein ziemlich gutes Argument, aber wenn ihr zum Beispiel im Webdevelopment durchstarten wollt, ohne jetzt jemanden hinten dran zu haben, dann gibt es da immer noch jede Menge Videos von mir, wo ihr erfahrt, was jetzt in diesem Moment gerade sinnvoll ist und warum das so ist. Das kann sich aber natürlich ändern oder einfach nicht für eure Zwecke sein. Aber eventuell habt ihr auch genau das gesucht. Und im Anschluss habe ich dafür am besten noch eine Tutorial-Reihe dafür. Alternativ gibt es aber auch eine Dokumentation, die ihr euch dann durchlesen könnt und dadurch im besten Fall dann auch versteht, was damit gemeint wird. Und in beiden Fällen müsst ihr sehr viel selbst machen, nämlich ausprobieren. Aber zum Wie ihr am besten lernt, habe ich ja schon einige Videos gemacht und die verlinke ich euch dann in der Endkarte. Der größte Grund, etwas zu lernen, ist aber immer noch eure Motivation. Was genau ist so gut eigentlich an Docker und was ist so gut an OpenSense? Vielleicht macht ja sogar beides in meinem Setup Sinn. Kann ich die Features brauchen? Sollte ich es mir selbst vielleicht mal ansehen und dann vielleicht mal probieren? Wenn ihr das geklärt habt, dann könnt ihr das eigentlich direkt für euch entscheiden. Und dadurch lernt ihr, was ihr lernt, auch deutlich lieber. Es fällt euch gar nicht mehr so schwer. Und übrigens gilt genau dasselbe im Unternehmenskontext auch. Es ist zwar anstrengend, etwas Neues zu lernen, aber es kann auch genauso motivierend sein. Eine Abwechslung zum Beispiel. Eventuell wird man durch das neue Framework nämlich genau die Schmerzen los, die man jahrelang hatte und die eben zufällig jemand anders ebenfalls hatte. Aber man muss es halt machen. So, und abschließend habe ich eine ganz wichtige Frage an euch. Würde es euch hier helfen, wenn ich öfter mal einfach ein Framework, eine Plattform oder eine Bibliothek vorstelle, die zwar komplexer sind, aber das nur erst mal mit einem Video mache, damit ihr quasi entscheiden könnt, was für euch gerade am besten ist. Oder helfen euch meine Vergleiche, die ich Anfang des Jahres gemacht habe, da mehr? Schreibt mir das mal bitte kurz in die Kommentare und dann hüpft schnell rüber zur FHDW. Dort gibt es ja wie versprochen ein spannendes Studium für euch und den Workshop am 12.9. Bis zum nächsten Mal. Ciao.